Wasser. Für uns bei Ibenke ein magisches Element. Wir werden der Umwelt gegenüber gerecht, Wasserressourcen schonend aufzubereiten. Immer eine Idee voraus heißt für uns in die Zukunft denken. Modernste Produktionsverfahren, hochwertigste Materialien, innovative Mitarbeiter. Das alles und unsere beiden Produktionsstandorte in Deutschland garantieren unseren Kunden das perfekte Zusammenspiel aus Tradition und zukunftsorientierter Technologie.